Kennen Sie das auch? Die ganze Familie hat Appetit auf etwas Leckeres, aber jeder möchte etwas anderes essen. Mit der ProfiCook Doppel-Heißluftfritteus gehören solche Probleme der Vergangenheit an. Dieses innovative Küchengerät bietet gleich zwei separate Garkammern für doppelten Genuss. Die Heißluftfritteuse besticht zunächst durch ihr großzügiges 9-Liter-Fassungsvermögen, aufgeteilt auf zwei 4-Liter-Kammern. So können problemlos unterschiedliche Gerichte gleichzeitig zubereitet werden, ohne dass sich Aromen und Geschmäcker vermischen. Ob knusprige Pommes für die Kinder und ein saftiges Steak für die Eltern oder eine Vorspeise und eine Beilage, die Möglichkeiten sind endlos. Das Beste daran. Dank der patentierten Rapidluftzirkulation werden die Speisen BI bis zu 200 Degrees Celsius von allen Seiten erhitzt. So erhalten Sie eine knusprige, goldbraune Kruste mit bis zu 85% weniger Fett als BE-herkömmlichen Fritteusen. Ihre Lieblingsspeisen werden nicht nur gesünder, sondern behalten auch alle wichtigen Nährstoffe. Die Bedienung erfolgt denkbar einfach über den smarten Touchscreen mit zwei separaten LED-Displays. Nutzen Sie eines der NIN-Automatikprogramme für perfekte Ergebnisse auf Knopfdruck. Natürlich können Sie aber auch manuell Zeit und Temperatur einstellen. Sogar eine Auftau- und Warmhaltefunktion ist integriert. Nach dem Genuss erwartet Sie ein weiterer Pluspunkt. Die mühelose Reinigung. Die herausnehmbaren Frittierkörbchen sind antihaft beschichtet. Mit 2400 Watt ist die XXL-Fritöse zudem sehr leistungsstark, arbeitet aber dank des Heißluftprinzips deutlich effizienter als ein Backofen. Fazit. Für die moderne Küche ist diese innovative Doppelheißluft-Fritöse der ideale Begleiter. Sie vereint gesunden Genuss mit Convenience auf höchstem Niveau. Egal ob für die ganze Familie, einen Snack zwischendurch oder die nächste Grillparty. Dieses Multitalent bringt mehr Abwechslung auf Ihren Teller. Überzeugen auch Sie sich von den zahlreichen Vorzügen.